Am Samstag, ich habe jemanden geflogen zum Chatman hinter der Welt. Ich möchte einfach unbedingt wissen, wie er aussieht. Sie haben sich noch nicht gesehen. Ich soll mich mit einem Chatman hinter dem zu tun, als wäre ich dumm. Geh du für mich hin, ja? Und Sie? Hallo. Hallo. Freuen Sie sich?